Hallo ihr Lieben, wir vom Driven Magazin sind jetzt bei Nissan. Die japanische Autofirma ist auch in New York zu Hause bei der Autoshow. Und wir freuen uns jetzt den GTR, wie man hier sagt, von Nissan uns anzuschauen. Und ich gehe jetzt schon mal auf den Testfahrt. Hat 500 bis 600 PS das ganze Teil. Und was die Ambition an dem Auto lieben ist, dass es wirklich viel Bums für wenig Geld gibt. Also man sieht es los, sich wirklich dieses Auto zu kaufen. Es sind um die 100.000. Und ich fahre jetzt weiter. Und zwar gibt es heute Abend eine Party hier bei der Autoshow. Aber ihr könnt alle Infos auch online anschauen auf dem Driven Magazin. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!